Die Sonne zeigt sich wieder etwas länger und der letzte Frost hat für das nächste halbe Jahr erstmal die Füße hochgelegt. Dass du auf dieses Video geklickt hast, sagt mir, dass es dir auch schon richtig in den Fingern kribbelt und du es kaum erwarten kannst, im Garten loszulegen. Und wie es aussieht, hast du deine Rosen als eines deiner ersten Gartenprojekte für dieses Jahr auserkoren. Bei mir war es eher andersrum, denn meine Rosen haben mich förmlich darum angebettelt, einen schönen Schnitt zu erhalten. Denn diese Dieben haben lange kein Makeover mehr gehabt im Frühjahr. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob einige von Ihnen überhaupt noch fähig sind, einen grandiosen Auftritt im Blühen hinzulegen. Naja, wir schauen mal. Anhand dieser hoffnungsvollen Fälle jetzt 8 Tipps und Tricks, wie man seine Rosen ganz einfach und unkompliziert schneiden kann. Tipp Nummer 1 Die richtige Jahreszeit Der Rückschnitt erfolgt im Frühjahr. Genauer gesagt, nachdem es kein Frost mehr gibt. Dieses sollte Mitte bis Ende März der Fall sein. In manchen Regionen aber auch etwas später. Mikes Tipp Die Rosen schneidet man, wenn die Fosizien in voller Blüte sind. Schneidet man nämlich zu früh, kann der Trieb tatsächlich noch zurücktrocknen oder auch durch den Frost so weit geschädigt werden, dass er dann nochmal nachgeschnitten werden muss. Das verhindert man, wenn man zum Zeitpunkt der Fosizienblüte schneidet. Natürlich ist die Fosizie nicht die einzige Pflanze, die schon so früh im Jahr aus allen Rohren feuert. Orientieren kann man sich auch an der japanischen Zierküte, die zur gleichen Zeit blüht wie die Fosizie. Tipp Nummer 2 Das richtige Werkzeug Was auf keinen Fall fehlen darf, ist das Werkzeug. Denn ohne Rosenschere keine geschnittenen Rosen. Die Schere sollte scharf und sauber sein. Sie sollte im besten Falle auch nur für Rosen benutzt werden. Zu der Rosenschere empfehle ich lange Rosenhandschuhe oder eine dornfeste Jacke und ein Tuch und Desinfektionsmittel zum Reinigen der Schere zwischen den Rosenpflanzen. Das ist sehr wichtig, damit keine Krankheiten sich zwischen den Rosen ausbreiten und in die Schnittstellen eindringen können. Tipp Nummer 3 Der richtige Winkel und wo schneiden Wichtig ist, dass man nicht direkt auf einen dieser Augen hier schneidet, sondern ein wenig darüber. Bei dünneren Zweigen ist es egal, in welchem Winkel sie geschnitten werden. Aber wenn man dicke Äste zurücknimmt, sollte die Schnittstelle möglichst nicht waagerecht sein, sondern leicht sträg. Das hat folgenden Grund. So kann sich kein Wasser oder Schmutz auf der Schnittstelle halten, was Krankheiten vorbeugt. Wächst ein dicker Trieb beispielsweise schräg, dann kann die Schnittstelle gerade sein zum Trieb. So ist die Schnittstelle trotzdem schräg, hat aber eine kleinere Fläche als bei einem schrägen Schnitt. Von einer zu starken Schräge raten wir jedoch ab, da sich sonst auch die Schnittstelle vergrößert und so auch die Wunde der Pflanze. Tipp Nummer 4 Tote, kranke und kaputte Äste entfernen Wenn du zum ersten Mal deine Rosen oder eine Rose schneidest, scheint alles ganz kompliziert zu sein und die Informationen können einem wahrlich über den Kopf wachsen. Jedenfalls ging es mir so, als ich das erste Mal meine Rosen runterschneiden sollte. Am meisten hat mir da tatsächlich dieser Tipp hier geholfen. Denn wenn man sich erstmal auf die toten, kranken und kaputten Äste konzentriert, kann man eigentlich nichts falsch machen. So hilft man der Rose nämlich auf jeden Fall und hat am Ende eine gesündere und kräftigere Pflanze als zu Anfang. Damit du besser die Unterschiede in den Zuständen eines Rosenzweiges erkennst, habe ich hier einmal eine kleine Übersicht zusammengestellt. Hier zwei gesunde Äste, ganz einfach an der Färbung zu erkennen. Ein junger Zweig, satt und grün und ein älterer Zweig in rot. Als komplettes Gegenteil hier einmal ein toter Zweig. Er sieht sehr trocken aus und ist schön an seiner braunen Färbung zu erkennen. Tote Zweige können aber auch eine schwarze bis dunkelbraune Färbung haben, gelegentlich auch grau. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du hier die Kratztechnik anwenden. Einfach ein wenig von der Rinde abkratzen. Sieht es darunter noch frisch aus, ist der Ast noch voller Leben. Hier ein Bild eines kaputten Astes und einem mit abgeblätterter Rinde. Auch diesen solltest du entfernen. Rosenkrankheiten gibt es sehr viele und nicht immer lassen sie sich bereits am Zweig erkennen. Aber wenn ein Zweig ein ungewöhnliches Muster oder Färbung aufweist, zum Beispiel ganz viele kleine Punkte, kann es sich dabei um eine Krankheit handeln. Wenn ihr euch da aber nicht sicher seid, könnt ihr auch eine Suchmaschine im Internet oder ein Fachmenschen zu Rate ziehen. Tipp Nummer 5 Die richtige Form Du solltest aber auch darauf achten, dass die Zweige sich nicht kreuzen und aneinander reiben können. Einer dieser Äste sollte dann weg. Das Aneinander reiben kann für Wunden sorgen, in die Krankheiten eindringen können. Außerdem solltet ihr bei eurer Vasenform darauf achten, dass das Zentrum schön luftdurchlässig und locker ist. So ist in der Zeit, in der die Rose Blätter und Blüten trägt, die Luftzirkulation gewährleistet. Bodendecker und Beetrosen einfach auf 3-5 Augen zurückschneiden. Alle höher werdenden Rosen werden stufig zurückgeschnitten. Nur Rammlerrosen lässt man einfach wachsen, sofern sie sich ausreichend gut verzweigt aufbauen. Ich achte übrigens darauf, dass ich immer über den Augen abschneide, die nach außen wachsen, damit das Innere der Rose schön frei bleibt. Natürlich macht die Rose immer nicht das, was sie soll, aber das hilft schon ein bisschen. Tipp Nummer 6 Viel hilft viel Wenn deine Rose etwas beschädigter oder etwas müder aussieht, so wie meine hier, könnt ihr auch durchaus etwas mehr wegschneiden. Tipp Nummer 7 Wildtriebe entfernen Bei Rosen kommt es manchmal vor, dass sich sogenannte Wildtriebe bilden. Diese erkennt man daran, dass sie aus der Erde schnurstracks gerade von der Veredelungsstelle in den Himmel wachsen. Eine alte Faustregel besagt, dass ein Wildtrieb 7 Blätter, ein Edelrosentrieb 5 Blätter hat. Das ist sicherlich oft so, aber es gibt mittlerweile auch Edelrosensorten mit mehr als 5 Blättern. Daher ist es kein eindeutiges Indiz. Dennoch weist der Wildtrieb stets optische Unterschiede zu den veredelten Trieben auf. Sei es in Farbe, Anzahl der Formen oder der Blätter. Wie wird der Wildtrieb jetzt entfernt? Der Wildtrieb wird nämlich nicht einfach abgeschnitten, denn das führt in den meisten Fällen dazu, dass ein neuer Wildtrieb aus dem Astring ausbricht. Deshalb solltest du ein wenig graben, bis du an die Stelle kommst, an der der Wildtrieb dem Stamm entspringt. Dort schneidest du eine leichte Kerbe in die Ansatzstelle des Wildtriebes und reißt ihn dann mit einer leichten Drehbewegung gegen seine Wuchsrichtung ab. Tipp Nummer 8 Nach dem Schnitt etwas dümmen Nun, da wir den Rosen etwas weggenommen haben, ist es an der Zeit, ihnen wieder etwas zurückzugeben, damit wir ihren Weg zum Blühen etwas erleichtern können. Wenn man rein organisch düngt, dann kann man es theoretisch 365 Tage im Jahr machen. Denn das Bodenleben wandelt die organische Substanz erst in pflanzenverfügbaren Dünger um. Da dies auch nach Bodentemperatur geschieht, nimmt diese im Winter stark ab und im Frühjahr dann wieder zu. Ob aber ein rein organischer Dünger für die hungrigen Rosen ausreichend ist, ist vom Boden und dessen Speicherkapazität abhängig und natürlich vom Bodenleben vor Ort. Mineralische Dünger haben einfach den Vorteil auch schnell zu wirken, da sie nicht erst umgewandelt werden müssen. Hier sollte dann aber im August nicht mehr gedüngt werden. Besonders wichtig ist Kalium ab August, da es die Ausreife fördert. Im August oder Anfang September kann man daher bei Bedarf einen sogenannten Reifedünger verwenden. Dieser enthält erstens keinen Stickstoff, dafür aber Kalium und Magnesium, um die Ausreife der Zellen in der Pflanze zu fördern und so die Winterharte zu verbessern. So, das Video neigt sich dem Ende entgegen. Ich hoffe, dass die Infos leicht zu verstehen waren und du etwas Neues dazu gelernt hast. Wenn du noch Fragen oder Selbsttipps hast, dann schreibe diese in die Kommentare. Mike und ich würden uns auch sehr darüber freuen, wenn es ein Thema gibt, zu dem du gerne ein Video haben möchtest. Teil uns das auch unbedingt mit! Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Bis zum nächsten Mal und rosige Grüße!